Hallöchen Leute, willkommen zu der Demo-Version von Shadow's Peak. Was zur Hölle? Da geht es schon mal gut los. Okay, er speichert. Blut. Auf einem Steg. Wo ist die Frau hin? Die Frau ist weg. Es ist bloß eine tote Seemöbe. Okay. Michelle! 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 Was ist das? Okay, hier kann man anscheinend speichern. In diesen Punkten. Das ist schon sehr creepy. Ah. Okay. Ich kriege gerade ein bisschen Gänsehaut. Okay, okay, okay. Irgendwas mit ihm gemacht, diese rote Anomalie. Wir gehen mal zum Leuchteraum und gucken uns das mal an hier. Wie gesagt, noch mal herzlich willkommen zu Shadow's Peak, der Demo-Version. Ich sage es vorne ab. Wenn ihr davon... Oh, Geigerzähler. ...mehr sehen wollt, dann schreibt es bitte in die Kommentare, dann hole ich mir das Spiel. Nein, das hört sich in der Tat nicht gut an. Schlüssel. Okay. Oh. Oh, ich habe gerade einen mega Gänsehaut. Ich glaube, ich hole mir das Spiel. Jetzt doch, ich finde es irgendwie geil. Oh. Ah, verzeihung. Wo ist das die Hütte hier? What? Wer klopft da? Warum habe ich jetzt die Facecam nicht an? Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Die isst niemand. Das ist das Problem. Scheiße aus hier. Ich brauche gerade noch was denn da drin, Adela. Eimer, wo nicht schlecht. Du brauchst nicht jedes Mal Streu zu wechseln. Wie bei seinem Kater. Wo muss ich jetzt hin? Da hinten hin? Anscheinend, da hinten brennt ein Licht. Ich bin schon wieder völlig außer Atem. Boah, die Atmo hier ist mega. What? Ein Wal. Geil. Ich kann mich auch hinhocken. Okay. Ich muss ein bisschen die Uhr im Auge behalten, dass ich hier nicht überziehe. Alles mit dem Hochladen doch sehr, sehr... What the fuck? Was ist das? Oh. Oh oh. Pfff. Ist das weg? Nee, es kommt immer näher. Das gibt's nicht. Was ist das? Äh, weg hier, weg hier, weg hier, weg hier, weg hier. Renn, renn, renn. Speichern, ja, ja. Ah, am besten hoch. Jopp, 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 jopp. Ist das noch hinter uns? Nee, es ist weg. Boah, habt ihr das gesehen, Leute, Alter? Oh, scheiße, dass ich die Facecape nicht einhabe. Ich hab so eine Erpelpelle gerade. Mega. Hier ist eine Hütte. Vielleicht ist das der Schlüssel. Ja, boah. Oh Gott, ey. Ah. Mein Gott, wir brauchen frische Seelen. Töte sie und dann... Was für eine Scheiße. Schussverletzung. Okay. Computer. Kann ich irgendwas machen? Nein. Ah. Alter. Was ist das? Ah. Ah. Scheiße, ey. Handy vibriert. Ist gar nicht so schlimm, oder? Nur haben wir ein paar mehr. Okay. Was für ein kranker Scheiß ist das bitte hier? Ja. Leck mich am Arsch, ey. Die Atmo ist mega krank. Was war das? Uh. Okay. Welche Frösche hier oder sowas. Ist das eine alte Ruine? Eine alte Dresine? Ruine? Ich geh einfach mal hoch. Die Hütte, ey. Speichern. Speichern, ja unbedingt. Wenn mir jetzt was kommt. Bestimmt vielleicht ein kranker Scheiß jetzt. Ich muss hier rein. Oh wie? Wow. 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 Oh. Hundi. Hallo. Hi. Bist du angeleint? Bist du angeleint? Bist du angeleint? Ja? Rein. Was haben wir hier? Ist irgendwas drin? Irgendwas wichtiges? Scheiß aus. Hier kann ich hoch. Einmal durchs Fenster bitte. Was ist das? Das Schaukelpferd hat sich grad bewegt. Das Schaukelpferd hat sich grad bewegt, oder? Das habe ich auch gesehen. Zeitung. Boah, Pentagramm, okay. Nicht gut. Wow. Lichtgeil. Okay. Okay, Funke weg. Okay, 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 okay. What the fuck? Wo kommt der Teddy jetzt auf immer her? Legt mich am Arsch, Alter. Fick. Ist das die Tür hier auf immer? Okay. Kann ich den zum Hund wahrscheinlich mitwerfen? Weil ich das jetzt schon wieder kombiniert habe, ey. Guck mal, Hundi. Guck mal. Da. Friss. Jawohl. Fein. Papa, geht mal kurz hier rein. Fortschritt speichern. Okay. Jetzt bin ich ja mal gespannt, was uns hier erwarten wird. Hier unten. Ich husche hier einfach mal durch. Das ist schon wieder dieser Teddy. Okay. Wow, 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 wow. Boah, es kribbelt grad Osthabers hier. Oh, ich muss hier drüber. Okay. Hier ist Blut. Okay, hat er gesagt, sein Bein ist gebrochen. Ich guck jetzt einfach mal hier lang. Geht's nicht weiter. Geht's hier weiter? Hier ist nur Wasser. Ah. Wow. Was ist das? Wo denn? Oh, oh. Hier war grad ein schwarz Seestalt. Habt ihr das gesehen? Oh, scheiße. Ich muss da irgendwie rüber. Oh, wie? Wenn ich hier reinfalle, bin ich bestimmt tot. Oder? Mal probieren. Nee. Geht weiter. Kann ich hier irgendwie hoch? Wartet mal. Kann ich mich da hochziehen an diesen Wurzeln? Bestimmt. Ich kann mich bestimmt an diesen Wurzeln hochziehen. Ja. Und speichern. Oh, das ist doch Teddy, ey. Schon wieder hier. Das gibt's ja wohl nicht. Ein bisschen schneller hier. Boah. Scheiße, ey. Wo lang? Da geht's nicht lang. An dem Doppel-Enen-Weg. Was war das jetzt schon wieder? Wow. Äh, okay. Alles klar, Freunde. Ist so bescheid. Mach dein Ding. Ich will euch da nicht. Oh Gott. Ich brauch Feuer. Shit. Muss ich wohl zwangsläufig darüber, was? Ich will nicht. Lass mich. Lass mich. Lass mich in Ruhe. Darf ich wieder was zum Hochhangeln? Hier muss ich irgendwas drücken. Oder? Möchte ich hier was drücken? Ne. Hier könnte ich mich jetzt theoretisch hochhangeln. Auf und da komm ich ja gerade Hier geht es noch weiter Leck mich Oh ich muss noch ein Stück trinken Leute ich habe ja schon viel gesehen An Spielen Und auch Zombies machen mir eigentlich nichts aus Aber so eine kranke Kacke hier Wenn hier irgendwie was Angeschossen kommt hier Oder was weiß ich Das war doch da hinten noch nicht da Ich tauche Ist das krank ey Und das für eine Demo wäre so nicht schlecht Nicht schlecht Ich bin offensichtlich Vorletzt Feuerzeug gefunden Okay Das heißt Boah Ich gehe Jetzt kann ich mir den Weg freispringen Ey Slenderman ist ein Scheiß dagegen Ohne Witz Scheiß auf Slenderman Ah ne Okay Ah okay Ich sollte ein Stückchen zurückgehen Voll Klappt Hat geklappt Dies wieder ein Speicherpunkt Sehr geil Abwärts Noch eine Tauchung Gucken wie lange der Junge den Lüft anhalten kann Ja Ich glaube eigentlich wo lang Der Lüft anhalten kann Erstmal hier Äh Hoch Und hier ist anscheinend Nichts außer eine beleuchtete Kammer Ist wieder so eine komische Babyfigur Nails Nichts drin gewesen Dann könnten wir wahrscheinlich Jetzt nochmal ganz kurz Luft holen Hier geht es wieder weiter Hm Wo lang Links oder rechts Ist bestimmt egal Oder Ah Gibt noch einen Weg Ah Der Typ Ja Ups Ups Äh 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 Sorry Scheiße Jetzt haben die sich den geholt Wah Nicht doch Alter Das tut mir leid Junge Ich wollte nicht Ich äh Ich sag deiner Frau Bescheid Okay Okay Hier liegt ne Lampe Das war bestimmt seiner Grumleuchter Grumleleuchter Grumleleuchter Wir sollten Gehen Okay Das ist nicht echt Das ist jetzt nicht echt Scheiße 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 Boah Ey So Junge Ich kann nichts machen Ich kann nichts machen Ich kann nichts machen Der will mich Wow Der will irgendwas von mir Warum Ich hab doch nichts gemacht Oh fuck Viech alter Ich renne da jetzt einfach durch Aua 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 Sturm Verdammt Drück eine beliebe Taste Okay Das will ich jetzt noch wissen Wie das jetzt hier weitergeht Ich hab hier gespeichert Sehr dank Okay 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 Jetzt kommt hier das Viech Der fängt an zu brennen Okay Alles klar Der kommt jetzt an die Schissen hier Wow Na dann komm Digga Na komm Aua Scheiße Ich versaufe euch das Scheiße 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 Komm Naja Ich glaube das war so richtig Ich glaube das ist richtig so Komm schon brennen das ein bisschen schneller Aaaaaaab Wow Ah jetzt brennt noch ein bisschen schneller die Kacke ab Bitte 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 Oh nein Komm schon Warum geht das nicht so schnell wie ich das will Shit ich hab jetzt nochmal den dahin geschickt Ich hasse diese Endgegnerkämpfe hier Ich hasse das Ah es ist gleich geschafft Es ist gleich geschafft Ja Yes Ab ins Wasser Hier kann uns nichts Boah Leute Ja ich glaube der wird auch hier drinnen gelöscht Dann Ja 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 Boah ey Ich glaube dann ist der Eingang auch frei Nein Alter Alter Okay Ah Feuerwehrsinn Okay Leute Ich hoffe es hat euch gefallen Von diesem Spiel Ähm Ich werde mir vielleicht die Folge Wenn ihr in den Kommentaren schreiben Oh ich hab Alter ist das krass Gut Lasst einen Kommentar da Lass ein Lippchen da Oder ein Abo Wenn auch noch ihr seid Ich bin erstmal raus Ciao Ciao